Magenverkleinerung bei krankhaftem Übergewicht. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Was kann man tun, wenn man unter Adipositas leidet, also krankhaftem Übergewicht, aber keine Diät mehr helfen will? Wenn konservative Methoden nicht mehr funktionieren, dann könnte eine Operation etwas bringen, nämlich eine Operation, die den Magen verkleinert oder vielleicht auch umgeht. Das ist jetzt unser Thema. Bei mir ist Dr. Thomas Mansfeld, er ist Chefarzt der Allgemeinen und Viszeralchirurgie am Asklepios-West-Klinikum in Hamburg und er leitet dort das Adipositas-Zentrum. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Mansfeld. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich. Wir reden über Adipositas. Um wie viele Kilos geht es da, die man da zu viel hat? Ja, es geht im Wesentlichen nicht um Kilos. Es geht natürlich, klar geht es um das Körpergewicht. Es geht um diese Einheit Body-Mass-Index. Das ist eine Zahl, die das Körpergewicht ins Verhältnis zur Größe setzt, weil natürlich die reine absolute Kilogrammzahl würde nichts aussagen. Und da gibt es eine Kategorien, die man eingeteilt hat und da reden wir im Grunde genommen ab einem BMI von 40, Body-Mass-Index von 40 Kilogramm pro Quadratmeter Körperoberfläche sprechen wir von krankhafter Adipositas. Und das ist im Grunde genommen der Bereich, wo wir auch anfangen, über Operationen nachzudenken, beziehungsweise wo tatsächlich von den Leitlinien, die wir haben, für die Behandlung der Adipositas-Erkrankung, wo von diesen Leitlinien eben auch schon eine Operation in Betracht gezogen wird, beziehungsweise sogar empfohlen wird. Warum funktioniert da die Disziplin nicht mehr, der innere Schweinehund, den zu besiegen? Das hat mit Disziplin wenig zu tun. Das ist tatsächlich also eine Erkrankung. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das ist eine Sache, die mir hier auch wichtig ist zu betonen. Das ist eine Erkrankung, für die die Patienten, die darunter leiden, am Ende nicht verantwortlich gemacht werden können. Oder sie sind nicht schuld daran. Es ist so, dass wir in der Sprechstunde immer erleben, jeder Patient kommt und sagt, er schafft es nicht, er schafft es nicht alleine. Aber es ist halt das Wesen der Erkrankung, dass durch Anstrengungen in Richtung Diät, mehr Lifestyle-Veränderungen, mehr Bewegung und so weiter, Anstrengungen in diese Richtung, man es nicht mehr schafft, runterzukommen in einen normalen Körpergewichtsbereich ab einem bestimmten Grad von Adipositas. Und das ist eben bei ungefähr 40 geht es, ist das spätestens so weit. Ansonsten auch schon vielleicht bei 30, 35 geht es auch los. Da schafft man es nicht mehr von alleine, weil der Körper halt dagegen arbeitet. Der Energiehaushalt des Körpers ist normalerweise sehr fein reguliert durch viele, viele hormonelle und nervale Steuerungsmechanismen und die funktionieren nicht mehr richtig. Wir wissen nicht genau, warum das so ist, aber wir können feststellen, dass es so ist. Und deshalb muss man den Patienten, die unter Adipositas leiden, schon sagen, dass sie sich deswegen nicht schuldig fühlen müssen, sondern dass sie Hilfe suchen müssen und dass es eine Erkrankung ist, die behandelbar ist. Aha. Sieht das denn dann die Krankenkasse auch so, wenn man sich ab einem BMI von 40 so eine OP unterzieht? Ja, es gibt wie gesagt eine Leitlinie, nach sehr langen Kämpfen und sehr langer Vorgeschichte gibt es seit 2018 eine Leitlinie, die genau vorsieht, was wir tun müssen, was getan werden sollte, bevor wir eine Operation empfehlen. Und wir machen das so, wir behandeln die Patienten so vor, also mit einem Konzept mit Ernährungstherapie, Bewegungstherapie, eine psychologische Betreuung. Und wenn das nicht zu einem Erfolg führt, in der Form von 20 Prozent Gewichtsabnahme, dann empfehlen wir eine Operation. Und da fragen wir auch nicht mehr die Krankenkasse und wir machen das und das wird auch bezahlt und wird durchgewunken. Aha, das heißt, das Signal ist ja auch, die Operation ist nicht der erste Schritt, sondern man muss schon mal vorher noch mal probiert haben, ob etwas anderes geht. Ja, ja, natürlich, also das ist so vorgeschrieben, es steht genau drin, ab einem BMI von 40 soll man nach Versagen des konservativen Therapieversuchs, kann eine Operation empfohlen werden. Ab einem BMI von 50, das ist der nächsthöhere Bereich, kann direkt operiert werden. Machen wir aber auch nicht, weil wir, wie gesagt, die Adipositas auch als chronische Erkrankung begreifen und wir wollen, dass die Patienten, die wir operieren, das auch verstehen und mit der Krankheit leben zu lernen. Deshalb machen wir auf jeden Fall so eine Art Schulungsmaßnahme vorher. So eine Operation ist ja nicht nur eine Punktleistung für den Patienten, sondern der ist ja längere Zeit damit beschäftigt, oder? Also auch so im Nachhinein? Sie meinen, ja, ja, klar, das ist eben ganz wichtig zu betonen, dass es sich um eine chronische Erkrankung handelt, die wir nicht einfach herausoperieren können. Das ist halt kein Leistenbruch, sondern das ist eine chronische Erkrankung, für die wir an einer bestimmten Stelle, nämlich durch die Operation, anstelle der Operation, eine Hilfestellung geben können, praktisch in ein leichteres Leben wieder zu gelangen. Welche Möglichkeiten der Magenbehandlung, sage ich jetzt mal, haben wir denn? Naja, wenn wir uns für eine Operation entschieden haben, dann können wir, im Wesentlichen machen wir drei verschiedene Verfahren, das sind zwei verschiedene Bypass-Verfahren und eine einfache Magenverkleinerung, auch besser bekannt als Schlauchmagen. Darunter kennen es die Patienten, Schlauchmagenbildung, wo einfach ein Teil des Magens, ein großer Teil des Magens entfernt wird. Und das Zweite sind eben die Bypass-Verfahren, wo der Magen zum einen verkleinert wird ein bisschen, aber dann auch ein Teil des Dünnnahms, ausgeschaltet wird, um das Zusammentreffen von Verdauungssäften und Nahrung zu verzögern. Dass es einfach später dazu kommt, damit die Resorption von Fetten und so weiter aus dem Nahrungsbrei praktisch reduziert wird. Also, um das ein bisschen zu sortieren, der Schlauchmagen, da halbieren Sie den Magen, glaube ich, längs? Ja, genau. Und was ist dann der Effekt, dass da weniger reingeht in den Magen und man deshalb schneller satt ist? Ja, der Magen fasst nur noch 200 Milliliter und deshalb nimmt man weniger auf, ganz klar. Man entfernt den Ort dieser Grelin-Produktion. Das ist ein Hungerhormon, was dort gebildet wird. Das, sage ich mal, wird mit entfernt. Aber das sind nur zwei Effekte und der wesentliche Effekt besteht eben auch in einer Regulierung wieder dieses hormonellen Kontrollmechanismus für den Energiehaushalt. Das wird auch repariert auf eine Art und Weise, die wir nicht genau verstehen bis heute, aber es wird repariert. Die Spiegel und die Reaktionsweise und die Antworten des Körpers auf diese Hormone finden wieder normal statt, im Unterschied zum Status der Erkrankung, wenn die Adikose, dass da ist. Und kann man das dann, wie soll ich sagen, nachher das System umgehen, dass man den Magen wieder weitet und trotzdem wieder mehr isst oder hat man das Bedürfnis dann gar nicht mehr? Ja, der Schlauchmagen an sich, der hat natürlich eine Neigung, sich wieder zu erweitern. Das kommt auch durchaus vor, ist aber kein so großes Problem, wie man vielleicht glauben möchte. Natürlich kann man es, sage ich mal, provozieren auch. Aber deswegen wird ja auch eine psychologische Vorbehandlung gemacht, wird genau geguckt, wer ist dafür geeignet, bestehen Probleme in Form von Essstörungen, wo man lieber nicht operieren sollte. Und ja, also um es zu sagen, es kann umgangen werden, aber in unserer Erfahrung wird es einfach auch nicht umgangen, weil die Patienten zufrieden sind mit dem neuen Leben, mit weniger Essen, mit der Gewichtsabnahme und bei sehr, sehr vielen Patienten, das ist einfach ihr Ziel und damit können sie sehr gut leben. Ja, und der Magenbypass, da haben Sie gesagt, es gibt zwei verschiedene grundlegende Formen. Kann man laienhaft beschreiben, worin die sich unterscheiden? Ja, das ist einfach chirurgisch, eine chirurgische Geschichte. Das eine ist, da wird praktisch nur eine Verbindung zwischen Magen und Dünndarm gemacht und bei dem anderen Verfahren werden zwei Verbindungen gemacht zwischen Magen und Dünndarm. Das eine ist älter, das ist der Y-RU-Bypass, der gibt es schon sehr, sehr lange. Und der sogenannte Mini-Gastric-Bypass, den wir sehr, sehr oft durchführen, der ist ein bisschen jünger halt, der ist 20 Jahre später, glaube ich, erfunden worden, ist aber aus unserer Erfahrung sehr, sehr, wird sehr gut akzeptiert von den Patienten und ermöglicht ein sehr, sag ich mal, wie soll man sagen, nicht bequemes, ein sehr gutes Leben. Also die Patienten sind sehr wenig beeinträchtigt davon, haben aber sehr substanziellen und sehr nachhaltigen Gewichtsverlust und vor allen Dingen auch eine sehr gute Beeinflussung der Endokrin-Situation, also sowas wie Diabetes und so weiter, diese Dinge, das verschwindet alles tatsächlich sehr gut und sehr nachhaltig und sehr lange. Und kann man irgendwie sagen, für wen was in Frage kommt bei den beiden Bypass-Arten? Kann man nicht hier so einfach sagen. Nicht so einfach, muss man schon individuell an Patienten entscheiden. Deshalb ist es ja so wichtig, dass die Patienten die Hilfe suchen, sich in so einem Zentrum vorstellen, wo Erfahrung besteht damit, und dann wird schon individuell geguckt mit den Befunden, die der Einzelne mitbringt, was für ihn gut passt. Das gibt es zum Beispiel, wenn Patienten so gut brennen haben, machen wir nicht so gerne einen Schlauchmagen. Wenn Patienten wichtige Medikamente nehmen müssen, prüfen wir, ob wir unbedingt einen Bypass machen. Also da gibt es verschiedene Aspekte, die wir berücksichtigen müssen und die dann, wenn sie zusammengefügt worden sind, dann in Zusammenarbeit mit dem Patienten natürlich und mit seinem Konsens sozusagen, mit seiner Einwilligung, dann dazu führen, dass wir ein Verfahren vorschlagen und dass wir dann gemeinsam das machen. Ja, genau, womit Sie ja auch schon so eine Nebenwirkung angesprochen haben. Da gibt es ja, glaube ich, auch dieses Problem, dass die Nahrung ja dann den Magen nicht mehr hat, so richtig, wo sie reinfällt, sondern die rutscht dann leicht ganz durch und dann wird einem schlecht. Aber das ist ja Dumping, was Sie da ansprechen. Das ist das sogenannte Dumping-Syndrom, das ist ein, was vorkommt, aber kein sehr großes Problem darstellt. Das ist aber ein Risiko, das speziell bei diesem Y-RU-Bypass besteht, worauf wir auch die Patienten extra dann mal darauf hinweisen müssen. Das liegt an der Konstruktion dieses Bypasses. Beim Mini-Bypass kommt das praktisch gar nicht vor, aber es ist auch kein so großes Problem, dass man, also erstens kann man darauf reagieren, man kann das behandeln, aber es tritt nicht so häufig auf, dass ich das jetzt als nennenswertes Problem des Bypass-Verfahrens jetzt, sage ich mal, hier diskutieren würde. Okay. Was muss ich denn, was verändert sich denn nach so einer Operation für mich in der Ernährung? Muss ich Medikamente nehmen danach? Muss ich, was muss ich schlafen? Nein, nein, Medikamente müssen wir nicht nehmen. Man muss darauf achten, dass, weil natürlich die Umgehung da ist, der Passage, da werden gerade im oberen Dünn, da werden normalerweise Vitamine aufgenommen, da wird Calcium aufgenommen, im Magen wird Eisen aufgenommen und so weiter. Alles das funktioniert nicht mehr so gut und muss deshalb ersetzt werden. Dafür gibt es so Vitamine, so Präparate, so Substitutionspräparate, die werden von ein paar Firmen vorgehalten und das kostet 30 Cent am Tag und da muss man zwei so Kaubonbons oder Kapseln oder irgendwas nehmen und ersetzt halt einfach Vitamine und Calcium, Spurenelemente, Protein muss genommen werden, muss gegessen werden und da muss man halt darauf achten. Aber das ist, klingt so schrecklich, da muss man darauf achten, aber die Patienten, die wir haben, wir haben ja sehr viele Patienten und weltweit muss man sich ja auch überlegen, wir sind, glaube ich, vor 2017 wurden schon 500.000 solcher Operationen pro Jahr durchgeführt, davon alleine 220.000 in Amerika. Also da besteht eine sehr, sehr große Erfahrung damit und da, sage ich mal, wenn es ein Problem wäre, eine Substitution zu machen, dann hätte man das schon mal gehört. Also das ist etwas, was die Patienten akzeptieren. Und was ich auch sage, man muss es akzeptieren, weil sonst, wenn man sich nicht operieren lässt mit einer Adipositas, dann wird man, fünf Jahre später, wird man eine Handvoll Tabletten essen müssen. Und nicht so Substitutionspillchen. Wie oft sehen Sie Ihre Patienten danach noch? Ich glaube, Sie sehen sie noch eine ganze Zeit. Ja, ja, wie oft sehen Sie vorher ein halbes Jahr, in der Regel vorher ein halbes Jahr. Also wir behandeln, wir lernen sie ein halbes Jahr vorher kennen und sehen sie dann ein paar Mal bis zur Operation. Und nach dem Eingriff sehen wir sie nach 30 Tagen, nach drei Monaten, sechs Monaten, nach einem Jahr und dann theoretisch immer wieder alle Jahr zur Kontrolle und zur Abfrage, ob alles gut läuft. Wir wissen aber aus der Erfahrung, dass nicht nach zwei, drei Jahren ist das meistens alles so stabil, dass wir die gar nicht wiedersehen. Dann kann auch der Hausarzt diese Werte kontrollieren und dann läuft das alles stabil. Ja, das bringt mich noch darauf, dass ja mit der Magen-OP die Sache eigentlich ja noch nicht ganz gelaufen ist. Man geht ja dann eigentlich zu dem nächsten Arzt noch, um sich um die Haut zu kümmern, oder? Das kommt darauf an. Muss nicht immer sein, kann aber sehr gut sein. Gibt es durchaus bei der Hälfte der Patienten kommt das vor, dass eben Hautfalten entstehen, die auch, die praktisch ja zumal optisch ungünstig sind, aber auch hygienisch ungünstig sein können. Und dann sollte man sich mit einem in der Plastischen Chirurgie erfahrenen Kollegen treffen. Und dafür haben wir ja bei uns, arbeiten wir mit dem Dr. Elstner zusammen aus Harburg und St. Georg. Die kommen zu uns, machen bei uns im Zentrum Sprechstunde und gucken, ob eine Indikation besteht. Machen auch die Kostenübernahme Sachen mit der Kasse. Das ist immer da nochmal eine Frage, aber da sind die auch sehr erfahren und das kriegen die sehr gut hin. Und man macht das, um diese andere Sache noch zu beantworten, man macht das nach einem Jahr, ungefähr ein, anderthalb Jahre, wenn der Tiefpunkt der Gewichtsabnahmen erreicht ist, dann fängt man an, sich um das Remodeling zu kümmern. Und ja, wie gesagt, das machen wir auch, weil wir uns, wie gesagt, als Zentrum verstehen und eigentlich alles dort, sagen wir mal, zusammen vorhalten wollen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!